herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge ja wir haben ja das problem gehabt mit der kiesgrube dass sich das auch nicht miteinander verbinden lässt also dass die fahrzeuge nicht fahren ich habe das problem herausgefunden warum es nicht funktioniert hat wer sieht das fahrzeug ist hier der kipper und busse fahren auch sie lag da einfach daran dass ich die bushalestelle hier die habe ich so hier gebaut sieht man das jetzt die straße ist ja so sie habe ich zu hier habe ich das gebaut da kann heiter bus halt dazwischen nicht also die fahrzeuge halt nicht da einfach lang fahren also habe ich das abgerissen hab es dann halt so hingebaut jetzt funktioniert das war das einzige problem gewesen da hätte man natürlich auch drauf kommen können aber ich habe das überhaupt nicht gesehen wo es einfach nicht wo das problem lag da war jetzt haben wir auf jeden fall eine zweite kiesgrube mal sehen das jetzt läuft vielleicht ein bisschen besser kohle läuft auf jeden fall zement was haben wir denn hier gemacht ich glaube die haben wir noch gar nicht verbunden die lkw ist glaube ich noch gar keiner unterwegs oder was macht der hier richtig geladen geladen und laden hohstoff zum cement wieso fährt er nicht zum cement werk ähm kohle und kiesfeld genau zum zement berg ist hier null kohle ok wieso rohstoff speichern wieso tut denn das kohle kraftwerk kein nicht die kohle im speichern transport wir haben dort das schließt mann gebaut das müsste eigentlich gehen eine sport eine ist kann ja auch gar nicht das ist ja nur für für die anlieferung wahrscheinlich fürs zwischendurch speichern also für als lager kann man das nicht benutzen sehe ich gerade aber wenn man das fließband hier anguckt wird das hier weil es müsste ja rein gefördert werden und nicht raus gefördert sehe ich das so richtig ich hoffe schon ich glaube schon dass es so ist wir sollten mal den hier so er muss ja erst zurückgebracht werden zur station so einmal kann ich das löschen und sagen dass er von kohlekraftwerk zum zement kraftwerk fahren soll in denen nicht beladen hier plan ist eine andere anders kohle soll laden soll nicht was anderes auszusehen mitnehmen kohle beladen und weil zement wert entladen genau gut mal dann bringt das gebäude gar nix okay dann würde das schon mal funktionieren die kohle kommt dahin warum ist das hier dann das hier wahrscheinlich auch nicht so schnell wir kommen dann noch besser weg weil dann hätten wir hier jetzt mal das beladen station dran bauen müssen aber das wäre blödsinn das brauchen nicht weil die kannst du auch hier direkt ab so warte mal das ist gut und der jetzt hier aber in seiner lage kohle verarbeitungsanlage kohle stimmt was nicht der muss auch noch mal zurück dass sie das nicht so noch mal neu er soll die kies nein ich entladen laden der hat jetzt kohle kohle erz verarbeitungsanlage überfüllt ist kommt denn der jetzt noch mal her da kommt wahrscheinlich von dahinten da da das heißt also das ist das noch mal von der fabrik verarbeitungsanlage überfüllt ist das hier nochmal von gebäude aber in seiner lage kohle haben wir zwei gebaut ok gut gut dann haben wir zwei warum auch immer habe ich wohl irgendwann mal die hatte ich wahrscheinlich irgendwie einen anderen plan gehabt okay langsam das kann ich jetzt hier durcheinander also der kohle waren kann wieder es wäre blöd von verarbeitungsanlage zu der nächsten verarbeitungsanlage ist ja spaß kann aber von der verarbeitungsanlage beladen zum zementwerk start genau so macht er das das war das man vom gebäude plattenteile genau kommt auch noch dran aber erst mal wird die politik anheizen so also die kohle kommt jetzt entschuldigung die kohle kommt jetzt hier die bären jetzt wahrscheinlich kohle aus art ist ja jetzt weiß ich auch warum klar ach gott jetzt weiß warum ich zwei anlagen gebaut habe weiter hier nie das kann nie 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 ok ich bin grad vollkommen verwert ok nee das hier ist ja kies das hat nichts mit der kohle zu tun ah gott ey das spiel macht mich verrückt also ruhig mit dem nerven ähm hier ist die kohle die müssen wir mal da weg holen wo kommt denn der jetzt herz im entwerk verarbeitungsanlage genau warum steht das hier ist hier es ist auch nicht richtig es wäre schön wenn man eine liste hätte nach von den fahrzeugen oder gibt es hier eine fahrzeuge züge gebäude ganze karte ach du scheiße ähm kippe hier steht die kilometer an wie weit die fahren 8,6 kilometer hier oh gott da brauche ich erstmal muss ich mich mal beim nächsten mal kümmern was das bedeutet ähm der hat jetzt gar nichts drin ist der hier nur noch ganz kurz gucken auf der straße wirst du irgendwo ein blauer lkw sein da ist er doch da noch einer wo kommt denn der her da haben wir zwei verarbeitungsanlage das ist die hier die ecke hier die nehmen ja immer den namen der hier in der nähe ist der bringt zur verarbeitungsanlage für kohle zu kohle was ja totaler bullshit ist ne das heißt den müssen wir mal auch mal verändern den machen wir mal klein erstmal lassen wir den kurz mehr wo lassen wir den hier zum zementwerk der ist richtig genau machen wir den hier der jetzt gerade frei ist und entleeren mal die kohleanlage bis die leer ist danach wieso habe ich denn hier noch eine kohleanlage gebaut verarbeitungsanlage verstehe ich nicht was habe ich da mit dabei gedacht irgendwas habe ich mir mit sicherheit dabei gedacht aber ich weiß heute nicht mehr das ist schon mindestens drei oder vier tage her nicht sogar noch länger wo ich das aufgenommen habe so jetzt sind wir bei denen hier der tut die verarbeitungsanlage zu der nächsten verarbeitungsanlage was natürlich blödsinn ist den schicken wir jetzt erstmal zum tippo dann kann ich das hier löschen die routen und sage ihnen auch erstmal dass er ne das kann einer machen das ist ok wie viele fahrzeuge haben wir denn jetzt hier verbunden mit den gebäuden das ist natürlich eine gute frage ne einer fährt da zwei der eine ist ja der einer ja doch ja wäre es doch schon ja gut wo eigentlich kohle relativ schnell geht ne mit der kohleabbau geht schon zügig voran dauert nicht so lange wie beim kies der broma eigentlich nur ein fahrzeug jetzt ist nur das problem er hat die kohle noch gelagert auf sein kipper und die kann er nicht weg machen das ist natürlich blöd gut dann machen wir halt so dass wir es so und so machen mal gucken was er dann macht dann wird die kohle anlage verarbeitungsanlage weg gemacht später wenn es leer ist genau sie abverarbeitet auch gerade die kohle kohle erz zu kohle und wir können jetzt eigentlich dadurch dass wir eine kohle anlage haben also kohle bergwerk und kohle anlage können wir unseren eigenen strom produzieren wieso nicht wieso sollen wir so viel geld ausgeben wenn wir es doch auch jetzt selbst machen können daher bauen wir jetzt endlich mal ein kraftwerk jetzt müssen wir überlegen kraftwerk hier mit einer stadt am besten sehr gesund die arbeiter für die menschen da ernsthaft jetzt hier wäre es doch gar nicht mal so schlecht wir haben eine bushaltestelle die straße ist so rum der strom kommt auch von der seite ach schön dass man das wieder so unglaublich gerade wieder hinbauen kann ich hoffe dass die entwickler wirklich daran arbeiten dass das irgendwie anders gemacht wird es wäre schön wenn das wie bei city skyline wäre dass das automatisch sich anpasst das wäre so mega geil wäre das dann wäre das spielst du dann wäre schon das mit mir also ich würde jetzt nicht sagen perfekt aber es geht auf jeden fall sag ich mal schon in die richtung dann wäre es sehr gutes spiel sagen wir mal so im moment ist es nur ein gutes spiel wenn man das mal so sagen kann ähm perfekte spiel gibt es sowieso eigentlich kaum es gibt immer spiele wo man dies oder jenes besser machen kann oder oder so oder mehr dies oder jenes noch rein programmieren könnte oder so oder ist eine andere sache jetzt wollen wir uns mal hier drauf konzentrieren so also das war euch mal überlegen weil wir haben ja den wir zöpfen ja den stromgrad von da hinten von der grenze ab dann muss ich mal belegen wie das jetzt hier funktioniert die sind miteinander alle angeschlossen das würde soweit gehen was wäre denn wenn wir jetzt hier kappen das da anschließen da anschließen müssen die hier strom haben und der strom ist hier lang fließen hier lang fließen hier zumindest ist es jetzt meine vermutung weil es gibt ja den mittel strom und die hohe strom und hier gibt es ja zwei anschlüsse es gibt hier einmal den hohen strom und hier den hohen strom und hier an den seiten den mittel strom die hier sind ja mittel strom das brauchen ja die ganzen gebäude hier mittel strom und kein hohen strom also der hohen strom wird ja umgeleitet zum mittelstrom es würden die steckdosen hier in der bude explodieren oder pc bei mir würde explodieren wenn zu viel strom und allein fließt so erstmal die straße anschließen da kommt schon na los ganzhaft so nicht gerade nein es muss ein bisschen schräg sein es darf nicht gerade sein es geht nicht es würde einfach hier in kommunismus nicht reinpassen gerade geht gar nicht sehr man ja gegenüber allen anderen kländern gleich man muss einfach anders sein es ist wichtig immer schön krumm und schief alles dann ist man was außergewöhnliches ähm ja gut versuchen wir es mal so ne ich habe es bisher noch nicht getestet daher werde ich das mal so testen das weg das weg ja na klar na korfen alles klar alles klar wieder na korfen geht natürlich nicht nein nein das will nicht gut dann müssen wir es machen den bogen reinbauen aber komplett neu das muss man so nein das geht immer noch nicht immer noch nicht immer noch nicht da kommt schon das ist so eine kleine kauf jetzt zack dran mit dem hier natürlich ah hier geht es aber wenigstens ich würde es aber gerne eigentlich hier oben dran machen wenn es geht ist das vielleicht schon zu viel verlangt nein geht okay gut dann haben wir hier wenigstens noch welche frei wer weiß was man das braucht braucht man mit sicherheit noch später gut haben wir das auch jetzt brauchen wir kohle das ist ja nochmal mit denen hier los habe ich gar nicht starten lassen oder was also wir haben wir pause kann ja nichts passieren noch mal ein kipper die größten 14 tonnen brauchen wir ein oder zwei 14 tonnen ich weiß nicht wie schnell der strom das kraftwerk das verbrennt brennt müssen wir mal sehen machen wir hier beladen und entladen start lassen wir mal kurz laufen und sehen mal was passiert wie sieht es mit der bevölkerung aus ich habe nochmal einwanderung nochmal hier betrieben dass wir mehr haben ja es könnte besser sein es könnte besser sein es könnte besser sein es könnte besser sein gibt es denn hier eigentlich eine kirche ich habe glaube ich noch keine gesehen Feuerwache oder Wachungsstation verschmutzen fernseh centerhaus könnte denn das gebäude das müssen wir auch noch bauen betonwerke und asphaltstraße dass wir die straße selbst bauen können bei uns geht das wirklich wie warme Semmel hier dass die kohle weg ich weiß nicht bisher noch gar nicht wie ich das verhindern kann ich würde sowieso sagen dass wir das hier erstmal als test machen außer ich verdiene wirklich damit Geld und es geht nach oben die zahl dann können wir das auf jeden fall weiter behalten den spielstand und weiter ausbauen und vergrößern und alles schöner machen und dies und jenes aber wenn es jetzt weiter ab bergabwärts geht bis man auch mal bei null sind dann ist es vorbei das ist eine das ist eine Endstation ne Bäume aber will ich keine haben wo könnte denn das gebäude sein gibt es denn überhaupt schon das gebäude die kirche das sind ja alles fabriken das kann ja nicht sein das sind lager das kann es auch nicht sein Energie das ist auch nicht hier ist auch nicht hier auch nicht der nahrung natürlich auch nicht bis so der bildung das ist auch nicht eigentlich müsste es ja hier sein wo ich sehe keine kirche das glaube ich ist noch nicht drin gab es nur beim kommunismus eigentlich in der kirche ich weiß gar nicht eigentlich schon ne an und gut gibt's keiner ich weiß dass eine kirche geben tut wenn man wenn man ein Spielstand macht wo man schon gebäude stehen als in der stadt schon eine kleine stadt oder sagen wir ein dorf schon steht man ist in der mitte in der kirche deswegen wundert mich das wo die ist sie ist ja eigentlich schon im spiel drin daher frage ich mich wo ist die hin kies cement lassen wir erst mal laufen das ist erst mal hier betrieb kommt kohle ist da wo das geht auch schnell ja gut hier haben ja liefern dass er von der kohle station von der und da die müsste auch bald leer sein kohle erz das muss erst mal bis leer ist komplett dann schmeißen also preis man sagt mit den kies ja es ist so nachfragen das fehlt den strom wieso denn das was ist hier los ok strom aber da hinten ist ja strom haben hier ja hier läuft strom ist nur weil wir hier die verbindung gehabt haben hier oben das stück dann müssten die auch strom haben ja die haben jetzt kein strom hier oben müsste aber eigentlich auch bald gehen denn der kohle war kommt für das hier verbraucht maximal kohle kohle wird eine lkw definitiv nicht reichen müssen haben wir denn eigentlich kein hink geschickt ich habe so ein schwein geschickt könnte aber noch ein hinschicken braucht ja 24 tonnen das heißt zwei um halbwegs da hinterher zu kommen das einmal laden und entladen start das läuft soweit müsste eigentlich laufen jetzt gleich dann müsste auch der strom hier lang fließen und hier rein dann haben die da oben der strom beim kieswerk und hier an der ecke weil das produziert dann nur hier unter klein umkreis es brennt es brennt oh mein gott wo ist die feuerwehr da kommt sie da kommt zu uns blinkt sogar blaulicht nur keine ziränen wird man schade vielleicht kommt das auch noch mit den ziränen das wir schon und das war's also wieder da okay das war komisch das heißt er kommt angefahren löscht dann portet er sich wieder zurück erfährt er nicht zurück okay alles klar feuer gelöscht sehr schön funktioniert das auch wenigstens also kann ich das vergrößern gut ich würde mal sagen manchmal hier schluss wir werden es ja bei der nächsten folge sehen dass das alles soweit läuft und wir werden bei der nächsten folge ein betonwerk bauen und was noch betonwerk und asphalt anlage wenn wir soweit kommen das braucht kies und zement ok dann werden wir erst mit betonwerk das braucht kies und zement das haben wir schon mal das läuft ja soweit können wir schon mal beton herstellen das ist schon mal gut für was das auch immer da ist weiß ich gerade nicht beton ist eigentlich für verschiedene sachen dass wir in der fall werden wir definitiv auch noch machen aber ich glaube das wird erst bei der übernächsten oder über übernächsten ich habe keine ahnung das müssen wir mal sehen wie weit wir da kommen weil wir müssen erstmal noch öl finden soweit wie ich weiß ist öl ich glaube hier hinten war öl gewesen ja doch genau deswegen habe ich hier die stadt hingebaut eigentlich wollte ich die stadt erst hier hinten bauen hier hinten wollte ich die stadt hinbauen aber habe gesehen dass hier öl ist und das aus ziemlich viel daher habe ich die stadt dann doch hierhin gebaut weil hier ist nix an ressourcen ich glaube hier oben war eisen gewesen hier so ungefähr wo die bäume sind ist eisen deswegen dürfen wir hier nichts hin bauen müssen die stadt mal so ein bisschen so hier runter ziehen und hier hin ziehen und hier hoch ziehen dann lassen wir mal die ecke alles frei für die industrie dann müssen wir mal sehen gut wenn euch das video gefallen hat lasst einen daumen da oben da über einen netten kommentar würde ich mich freuen und über ein abo natürlich auch somit verpasst ihr keine warte videos mehr und ihr supportet mich und ja bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss